Wo genau dieses Vorgehen dargestellt ist, die müssten Sie bei mir per E-Mail entsprechend anfragen. Vielen Dank. Sie finden das alles auch im Internet. Also wenn Sie jetzt nicht da mitkommen, dann geben Sie ein Georg und Markmann und dann finden Sie meine Internetseite auch. Ja. Ja, während wir hier noch ein bisschen das Podium umbauen, dass hier nichts mehr im Wege steht, darf ich unser Podium begrüßen. Ich freue mich, dass wir, denke ich, noch drei ganz interessante Personen, Persönlichkeiten gewinnen konnten, die dieses Thema jetzt auf dem Podium zunächst diskutieren und dann auch mit Ihnen diskutieren werden. Zuerst möchte ich begrüßen Herrn Chefarzt Primarius Dr. Guntram Winder vom Krankenhaus Dornbirn. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich herzlich die Pflegedienstleiterin, Diplom-Krankenschwester Anna Frick von der Palliativstation des Landeskrankenhauses Hohenemms. Und Pfarrer Dr. Peter Rädler. Er ist der Leiter der Krankenhausseelsorge und selbst Krankenhausseelsorger im LKH Feldkirch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich möchte ganz unorthodox, Sie sind meine böse Professor, beginnen, nämlich mit dem Krankenhausseelsorger Dr. Rädler. Einfach so die einfache Frage und die Einstiegsfrage, wird so in den Krankenhäusern, Sie sind ein lang erfahrener Krankenhausseelsorger, ethisch überlegt, im Gesamten, prinzipiell? Aus. Aus meiner Wahrnehmung spielen die genannten ethischen Prinzipien in den Entscheidungsüberlegungen sicher eine Rolle. In dieser Art strukturiert und moderiert ist die Entscheidungsfindung in unseren Häusern noch am Anfang. Und natürlich ist jetzt der Mediziner besonders angesprochen, Herr Dr. Winter, ist das überhaupt möglich im Alltagsbetrieb, so strukturiert, so die Fälle, es gibt ja mehrere Fälle gleichzeitig, die man da hat, zu überlegen? Oder wo liegen da für Sie die positiver oder die negativer? Also möglich ist es sicher, man braucht dazu Ressourcen. Wir kennen die Gespräche im Alltag, dass, wie bei dem Fallbeispiel aufgebaut, eine Patientin nicht ansprechbar ist, nur der mutmaßliche Wille bekannt ist. Wir sind dabei, ethische Fallbesprechungen aufzubauen im Krankenhaus, aber so klar durchstrukturiert finden sie derzeit noch nicht statt. Aber die Diskussionen sind Alltag bei uns. Ich möchte immer ganz gerne die Praxis bei uns natürlich ansprechen und da sind die Pflegenden offensichtlich auch immer sehr stark gefordert. Frau Frick, werden die Pflegenden, ich sage jetzt einfach die Pflegenden, damit ich nicht immer Pflegerin und Mann und Frau unterscheiden muss, werden die auch einbezogen, wenn es zu verschiedensten Fällen kommt? Gut, sie sind in der Palliativstation, dort hat man mit dem Tod unmittelbar sehr oft zu tun, um es so auszudrücken. Wird man eingebunden oder wird man so nebenbei noch ein bisschen benutzt? Also benutzt und so Mitläufer sind wir nicht. Ich glaube die Palliativarbeit ist eine ganz spezielle Arbeit. Sie lebt vom multiprofessionellen Team und jemanden nicht zu hören aus dem multiprofessionellen Team wäre fast nicht möglich. Zudem sind wir sehr formiert. Wir sind diejenigen, die ganz viel am Patienten und mit den Angehörigen arbeiten und sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Und ein Stück weit kann man uns fast nicht überhören. Gott sei Dank. Aber ich muss so sagen, so ganz strukturiert, so angeführt als Moderator erleben wir es nicht. Aber es ist bei uns und Patienten bei sehr vielen Entscheidungen so das Raster durch. Also das wird gelebt. Was natürlich eine Zeitfrage ist, manches Mal ist es einfach eine Frage der Zeit, in dem Patienten kommen von anderen Abteilungen, ein riesen medizinisches Bündel und pflegerisches und der Patient verschlechtert sich in den ersten Tagen. Man ist nicht fähig, so eine Entscheidung innerhalb dieser Tage zu treffen. Also es braucht einfach auch eine gewisse Vorlaufzeit, um solche Dinge überhaupt zu leben. Und da sind wir dann manchmal auch in der Sackgasse. Aber ich glaube, wenn Patienten länger auf Abteilung sind, dann können wir das sehr wohl durchstrukturieren und pflegen. Und leben auch. Das ist ein wichtiger Alltag bei uns. Wir fassen das zusammen. Es gibt Ansätze in unseren Spitälern, dass man diese strukturellen, ethischen Überlegungen in konkreten Fällen macht. Und man wird sich auch darum bemühen. Da sind wir überzeugt. Aber, Herr Dr. Winder, wo liegt dann aber die Grenze in der Entscheidung? Gerade für den Mediziner, der dann sagt, also es ist doch der mutmaßliche Wille des Sterbens zum Beispiel hier. Also machen wir da nichts mehr. Ich rede jetzt immer ganz einfach. Ich bin auch nicht medizinisch gebildet. Und wo liegt da die Grenze, wo Sie dann sagen oder einmal sagen müssen, nein, also hier ist es viel vernünftiger, den Patienten sterben zu lassen. Oder es ist vernünftiger, ihn eben sein Leben zu verlängern. Also nichts tun ist sehr provokativ. Das gibt es nicht. Also es gibt Therapieabbruch, es gibt aber auch Therapiereduktion. Also das klingt sehr provokativ, Therapieabbruch. Das machen wir nicht. Das heißt nicht, wenn man sich entscheidet, Therapierückzug, Therapiebeendigung, dass wir die Hände in den Schoß legen, dann ist Palliativmedizin angesagt. Bei diesen Diskussionen, was man beachten muss, wenn man jetzt wirklich entscheidet, Therapierückzug, ja. Wer entscheidet das denn schlussendlich? Und meiner Meinung nach entscheidet das der behandelnde Arzt. Da muss man nämlich sehr aufpassen, wenn man viele Gespräche führt mit den Angehörigen, mit Kindern oder Partnern, die den Weg bereiten und auch wollen, dass man so vorgeht, entscheiden tut schlussendlich der Arzt und verantwortet das. Es kann nicht sein, dass die Tochter oder der Partner über das Leben des Partners entscheidet. Der muss mit der Entscheidung nachher leben können. Ihre Meinung, Herr Professor? Ich stimme da vollkommen zu. Man braucht die Angehörigen vor allem, um dann gemeinsam den mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Und dann die endgültige Entscheidung trifft natürlich der Arzt, der die Maßnahmen zu verantworten hat. Ich wollte noch kurz ein Wort sagen zu der Frage der Zeit. Es ist ja leider so, dass Zeit eine immer knappere Ressource in den Spitälern wird. Und man sich dann häufig fragt, haben wir denn überhaupt Zeit, so eine Fallbesprechung zu machen, wo sich alle zusammensetzen. Sie darf nicht länger als eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde dauern. Das heißt, das ist die Kunst des Moderators, dann in der Zeit zu einem gut begründeten Ergebnis gekommen zu sein. Ich glaube, dass es meistens aber gut investierte Zeit ist. Denn nachher läuft die weitere Behandlung, auch der Umgang mit den Angehörigen, sehr viel einfacher. Das heißt, man gewinnt Zeit dadurch, dass alles gut abgesprochen ist, dass man weiß, was zu tun ist. Sodass ich glaube, dass sich das in diesen schwierigen Fällen lohnt. Nicht in allen Fällen. Es wird immer so sein, dass das eine kleine Anzahl von Fällen ist, wo man dieses Verfahren anwendet. Bei den meisten Fällen kann man relativ schnell im Team mit den Angehörigen entscheiden, ohne dass man dieses Verfahren anwendet. Bitte. Das braucht sehr viel Zeit und die lohnt sich auch die Zeit. Und was die wenigsten wissen, der Vater hier in diesem Beispiel hat eigentlich rechtlich überhaupt nichts zu sagen. Wenn man wirklich auf die rechtliche Basis zurückzieht. Solange die Patientin nicht besachweitet ist, kann niemand für die Patientin sprechen. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, weil, Herr Professor Seinsmann, nicht böse, aber in diesem konkreten Fall ist es doch eher ein Glücksfall, dass alle Angehörigen, mit denen die Gespräche geführt wurden, inklusive Vater, sagen, jawohl, der mutmaßliche Wille ist der. Also, dass es da Einheit gibt. Ist es nicht so, dass eigentlich in der Mehrheit der Fälle die Angehörigen ganz etwas anders wollen? Nämlich, man sollte alles tun, man sollte verlängern. Wenn man die eigene Mutter hier liegen sieht, dann würde man sagen, vermutlich verlangen, na, tun Sie alles, was Sie können. Bluttransfusionsbeispiel in Vorarlberg vor zwei Wochen, wurde akzeptiert, dieser Fall. Also, es wurde kein Blut transferiert, weil es der Wunsch des Patienten war. Und der Sohn oder der Bruder der Frau, die gestorben ist, dann hat eine Klage eingereicht. Das haben wir da. Das ist ein aktueller Fall. Klagt, man hätte doch sollen transferieren. Aber ist es nicht doch eher die Mehrheit, die, dass die Angehörigen eigentlich dann mitentscheiden wollen und böse sind, wenn es nicht so ausgeht? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis beantworten. Ich kann nur sagen, wie man damit dann umgehen soll aus ethischer Perspektive. Aber vielleicht können wir erst mal den Bericht aus der Praxis. Fabrik? Die Situation, dass mehrere Angehörige unterschiedlicher Meinung sind bei einem Entscheidungsprozess, das ist ganz was Wichtiges. Und andererseits denke ich, man hat ja noch Zeit. Man muss ja nicht sofort die letzte Entscheidung treffen. Und ich glaube, das hat sich bei uns in der Praxis gezeigt, man kann mehrere Schritte bis zum endgültigen Entscheidungsfindungsprozess machen. Und manche gibt es Zwischenschritte, wo man mit Angehörigen gehen kann und dann noch einmal zusammenkommen muss, um neue Entscheidungen bis zur letzten Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dann können ganz viele mitgehen. Also es hat sich gezeigt in der Praxis. Aus der Perspektive des Seelsorgers, Also ich erlebe mich als Seelsorger im Krankenhaus in der Weise privilegiert, dass ich mir in solchen Krisensituationen, wo mir Vertrauen entgegengebracht wird, mir Zeit nehmen kann. Und mich niemand nach einer Stunde Gespräch fragt, und wo warst du jetzt so lange? Und meine Wahrnehmung ist, dass dort, wo, dass in vielen Fällen, wo unter Angehörigen unterschiedliche Sichtweisen und damit auch Konfliktpotenziale vorherrschen, der Grund dafür auch liegt, dass Informationen von Ärzten verschieden aufgenommen werden und verschieden interpretiert werden. Und in manchen Fällen, wenn man die Geduld und die Zeit hat, nachzufragen, was hast du gehört? Wie hast du das verstanden? Haben die anderen das auch so gehört? Manche, die über Grenzen in den Ansichten zumindest niedriger gehalten werden können und der Konflikt nicht so hoch ist. Also eine meiner Wahrnehmungen in solchen Konfliktfällen. Also dieser Umgang mit den Angehörigen, bitte jetzt. Ja, ich glaube, dass tatsächlich solche ethischen Fallbesprechungen dort sehr hilfreich sein können. Ich habe es häufig erlebt, wenn es Uneinigkeit bei den Angehörigen gibt und man geht dann ins Gespräch, dann diskutiert man sofort, wer denn von den beiden Recht hat. Was man sich in der Regel nicht überlegt ist, was halten wir denn aus der Sicht des Teams für den Patienten für richtig? Und gerade bei diesen schwierigen Fällen, wo es um die Bewertung einer ungünstigen Prognose geht, da versteckt man sich gerne hinter den Angehörigen. Und bei mir ist ja dieser Schritt, dass wir gucken, was für das Wohlergehen des Patienten am besten ist, der ist ja vorgelagert vor der Autonomieperspektive. Und da muss ich manchmal richtig das Team an die Zügel nehmen und sagen, nein, wir diskutieren nicht, wer von den Angehörigen recht hat, sondern wir diskutieren erst mal selber, was aus unserer Sicht für den Patienten richtig ist. Und dann geht man schon mit einer klaren Positionierung weiter zu den Angehörigen. Und oft ist es so, dass dann diese Uneinigkeit relativ klein wird. Dann merkt man schnell, naja, da gibt es einen Sohn, der noch nicht loslassen kann. Eigentlich ist es nicht eine Frage, was für die Patientin richtig ist, sondern es ist eher die Frage, wie man dem Sohn eine Brücke bauen kann, seine Mutter gehen zu lassen. Sie haben ja das Beispiel, Sie sagen ja, dass verschiedenste Personen an diesen Gesprächen teilnehmen sollen, bei der ethischen Bewertung, also nicht nur Mediziner, Pflegepersonal und Krankenhausseelsorger, sondern andere. Wie sieht das aus, Herr Dr. Winder, ist es nicht auch so, dass die Mediziner dann sagen, wenn es Konfliktsituationen gibt, wenn es Widersprüche gibt, wenn es andere Meinungen gibt, dass die Mediziner dann eher sagen, wir wissen ja, worum es hier geht. Wir, also, ich will nicht von einer Arroganz sprechen, aber dass die Mediziner sagen, na, also, wir wissen ja, wie es um diesen Patienten steht und man kommt dann nicht, dass auch diese Konfliktsituationen in der Bewertung auftauchen könnten. Also das wissen wir bei Gott nicht immer, was richtig ist. Und wie Sie gesagt haben, es gibt denn Unstimmigkeiten im Team, gerade auf der Intensivstation, soll man eskalieren oder deeskalieren und da muss man einfach spürig und feinfühlig sein, auch für das Team. Und wie Sie am Anfang erwähnt haben, wir sind mit der Pflege ein Team, die Pflege ist am meisten beim Patienten und mich hätte jetzt interessiert bei der Patientin in der kurzen Phase, wo es ein Klivacher war, ob die Pflege kommunizieren hätte können mit dem Handydruck, ob die Frau unglücklich war über ihren Zustand. Das sind so diffizile Situationen und da braucht es einfach ein Gespür für den Patienten, für die Angehörigen, für die Freunde und das war ein klassisches Beispiel der schwere Erkrankung in der Familie, weil sonst macht so eine junge Frau keine Patientenverfügung. Und in den sechs Jahren, wo es jetzt Patientenverfügungen bei uns gibt, haben wir drei Verbindliche gesehen. Und die anderen sind unverbindlich, aber die signalisieren uns den Patientenwillen. Patientenverfügung ist ein eigenes Kapitel, ist ein eigenes Thema, worüber immer diskutiert wird, wie sieht es so aus, wenn die Pflegedienste wissen oder um diese Patientenverfügung wissen, wird das im Gespräch mit den Ärzten dann auch entsprechend erörtert? Also bei uns gibt es immer mehr so mutmaßliche Willenserklärungen von den Patienten und sie sind immer mit in der Diskussion. Also wenn wir interdisziplinäre Sitzungen haben, ist es immer ein Thema. Was ist der mutmaßliche Wille des Patienten? Und wenn es um so Entscheidungen geht, müssen wir oftmals auch den mutmaßlichen Willen des Patienten einbringen. Also so als Gedanke zur Entscheidungsfindung, weil manche Sachen an Entscheidungen am Tisch getroffen werden und an der der Patient, wenn er noch reden kann, zur Pflege oftmals was anderes preisgibt, als wie zum Angehörigen, zum Arzt, zum Seelsorger, weil in diesen Gesprächen, wo einzeln stattfinden und in sehr intimen Situationen, kann oftmals ganz anders die Aussage sein. Und auch am Vormittag oder am Abend oder nach Entscheidungen und ich glaube, solche mutmaßlichen Willensäußerungen einzubringen, ist auch eine Verpflichtung. Immer wieder in der Diskussion. Herr Dr. Winter? Also ich bin inzwischen eher proaktiv in diese Richtung. Patientenverfügung haben die wenigsten, aber wenn jetzt 80-jährige Patientin mit einer schweren Lungenentzündung kommt und wir können noch kommunizieren, dann kann ich das ganz gerne spüren, was will die Patientin. Man kann ein bisschen vortasten in Richtung künstliche Beatmung, ist das ein Thema. Man ist unendlich froh im Nachtdienst, wenn sich jemand verschlechtert und man weiß, was die Patientin will oder was sie nicht will. Und das gehört einfach in ein Aufnahmegespräch. Dann wissen wir es. Und da gibt es viele, die sagen, wunderbar, klar, ich habe gelebt, wenn es mit Medikamenten nicht geht, will ich einschlafen können. Herr Professor? Das mit den Patientenverfügungen ist was ganz Merkwürdiges. Wenn man die Bevölkerung fragt, ob eine Patientenverfügung was Gutes, was Sinnvolles ist, dann sagen 80 bis 90 Prozent ja. Und die sagen auch, ich würde eigentlich gerne eine Patientenverfügung abfassen. Und wenn man dann mal zählt, wie viele tatsächlich eine haben, dann sind das nur 10 Prozent. Vielleicht 15, bei den etwas Älteren vielleicht noch etwas mehr. Das ist was ganz Komisches. Offenbar ist das etwas, wo man ran will, aber sich dann doch nicht ran traut. Und ich möchte das sehr unterstützen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass man da proaktiv werden muss. Und es gibt ein ganz fantastisches Pilotprojekt in den USA, in La Crosse, in Wisconsin. Dort wird jedem Patienten oder auch Gesunden, der in die Hausarztpraxis kommt, ab 55 Jahren ein Beratungsgespräch zur Patientenverfügung angeboten. Mit noch einem Wiederholungsgespräch und am Ende wird gemeinsam dann so eine Patientenverfügung abgefasst. Und dort ist es inzwischen so, dass man bei 98 Prozent der Versterbenden einen schriftlich vorausverfügten Willen hat. Da kann man natürlich sagen, naja, die Menschen, die wollen das alles gar nicht. Wir haben ein ähnliches Projekt in Grevenbruch gemacht und die Menschen sind so dankbar, wenn man ihnen hilft, wenn man das Gespräch anbietet im Rahmen einer aufsuchenden Beratung. Also ich glaube, da müssen wir einfach mehr tun, weil die Menschen, die sagen, eigentlich müsste ich mich damit beschäftigen, ich will irgendwie auch, aber wie mache ich das denn, wenn mir niemand hilft, über diese verschiedenen medizinischen Situationen und auch die Behandlungsoptionen nachzudenken. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun, sozusagen diesseits der gesetzlichen Regulierung. Herr Dr. Redler, die Krankenhausseelsorge ist eigentlich eine freiwillige Angelegenheit, wenn ich so ausdrücken darf, in Vorarlberg. Also es ist keine Verpflichtung, glaube ich, vom Land, dass es eine diese braucht. Auch dankbarerweise gibt es diese Möglichkeiten. Ich sage es deswegen so provokant, weil ich dann frage, wie wird die Krankenhausseelsorge dann auch beigezogen? Muss man sich ein bisschen hineinreklamieren, weil man ja den Patienten auch kennt und mit ihm auch spricht, weil er vielleicht auch dem Krankenhausseelsorger die intimen Wünsche äußert und so weiter? Oder wird er automatisch beigezogen in den Fällen? Es geht ja um ethische und um moralische Fragen. Du sagst mit Recht, die Krankenhausseelsorger oder die Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger sind die Personen im Krankenhaus, zu denen jeder sagen kann, nein, danke. Darum frage ich ja. Es liegt an der Art, so meine Erfahrung, wie sich Seelsorgerinnen und Seelsorger auf ihren Stationen einbringen, so dass sie auch beim ärztlichen und pflegerischen Personal Vertrauen gewinnen und in der Art, wie sie mit den betroffenen Frauen und Männern, mit den Kranken kommunizieren, auch dort das Vertrauen gewinnen und dann werden wir in solche Entscheidungen mit eingebunden. Immer unter der Voraussetzung, dass immer jeder sagen kann, mit der Seelsorge möchte ich keinen Kontakt. Kommt es vor? In dieser eindeutigen Form habe ich es noch nie gehört. Ich habe zögerliche Antworten gehört und dann mache ich auch deutlich, dass mir niemand etwas zuliebe tut. Mir zuliebe muss niemand ja sagen und sagen, ja, dann soll er halt mit dabei sein. Okay, wir haben so ein, ja bitte, Professor. Ich glaube, dass die Seelsorge eine ganz wichtige Rolle spielen kann, wenn man solche ethischen Fallbesprechungen etablieren möchte. Wir brauchen die Seelsorge nicht nur im Einzelfall, weil sie ganz wichtige, auch anders gelagerte Informationen liefern können, sondern nach meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass die Seelsorge ganz wesentlich mit so eine Entwicklung trägt. Weil man darf ja nicht vergessen, in Fragen von Ethik und Moral sind die Seelsorger in der Regel am besten ausgebildet. Es sei denn, jemand aus dem Gesundheitsbereich hat ein Zusatzstudium. Und das ist eine wichtige Kompetenz. Das zweite ist die Unabhängigkeit. Sie sind oft nicht so in diesem klassischen Konfliktkonstellation zwischen Pflege und Ärzten mit drin. Und Sie haben das, ich weiß nicht, widersprechen Sie mir vielleicht, eher mal die Möglichkeit, sich etwas Zeit rauszuschneiden, um dann so eine Entwicklung, ein Ethikkomitee oder ethische Fallbesprechungen mit auf den Weg zu bringen. Und ich kenne viele Komitees, die stehen und fallen mit der Mitarbeit der Seelsorge. Ich kann also auf einer Abteilung in unserem Haus genau diese Erfahrung bestätigen. Also wir haben dort, wir nennen das jetzt nicht Ethikkomitee, Wir nennen also ein ethisches Konzil, wo es um Behandlungs- oder um die Art, wie Behandlung weitergeführt wird. Wir nennen das Runden Tisch. Und im Normalfall sind bei diesem Runden Tisch zwischen der Patientin oder die Patientin, die äußerungsfähig sind, die Angehörigen, die der Patient wählt und mit dabei haben will, der verantwortliche Arzt, die Pflegeperson und im Normalfall, wo das also nicht abgelehnt wird, übernehme ich die Moderation. Und also mein Fokus ist, darauf zu schauen, dass das, was gesagt wird, von allen in gleicher Weise verstanden wird. Und wir sprechen bei diesem Runden Tisch auch die Frage an, also ich sage es in einem Beispiel. Der Arzt sagt, ich bin nicht davor gefeit, dass ich im nächsten Augenblick eine Kreislaufattacke habe und der ganze Notfallapparat hier aufkreuzt. Sollte bei Ihnen das auch der Fall sein? Möchten Sie das auch? Und in dieser Form habe ich bisher sowohl von Patienten wie von Angehörigen im Anschluss an solche Gespräche nur dankbare Erleichterung gehört. Endlich ist diese Frage in Klarheit ausgesprochen. Der Runde Tisch am LKH in Feldkirchen, in der Urologie, glaube ich, gell? Ja. Ja, okay. Meine Damen und Herren, gesellschaftspolitischer Stammtisch, heißt, dass wir Stammtisch haben, heißt, dass natürlich Ihre Meinungen zu diesem Thema, Ihre Meinungen sehr interessant sind und auch gefragt sind. Wir gehen gleich ins Publikum. Wir haben so jetzt ein bisschen kreuz und quer einige Dinge angeschnitten. Ich bin überzeugt, dass es noch viele Fragen gibt, die zu diesem Fallbeispiel, aber viele Fragen gibt, die noch offen sind. Wer möchte beginnen? Wenn Sie nur bitte den Namen dann nennen, ein Handzeichen genügt. und ich schaue, dass Sie sie mit dem Mikro, der Dr. Wilhelm hat das Mikrofon oder jemand, kommt dann zu Ihnen. Wer möchte beginnen? Meinung, Fragen, bitte da vorne. Ein bisschen warten, bis das Mikrofon kommt. Und immer ganz nah zum Mikro. Gerhard Heffel, ich arbeite selber im Krankenhaus, Seelsorge. Was mich noch interessieren würde, bei diesen strukturierten ethischen Besprechungen sind hier Angehörige und Patienten mit dabei? Erste Frage. Und zweite Frage, Sie haben viel von Interdisziplinarität gesprochen. Ich würde noch von Interprofessionalität sprechen. Ist das sozusagen das Sahnehäubchen über das Ganze oder gehört es zu einer guten ethischen Fallbesprechung dazu? Absolut. Vielen Dank für diese Präzisierung. Es ist interdisziplinär und interprofessionell. Also die verschiedenen Berufsgruppen und die verschiedenen medizinischen Disziplinen müssen dabei sein. Und das ist notwendig so. Also wenn man einzelne Berufsgruppen, einzelne Disziplinen, die sich um den Patienten kümmern, nicht mit einbezieht, dann bringt die ganze Fallbesprechung nichts. Die erste Frage ist eine sehr interessante. Wie ist das mit den Patienten und den Angehörigen? Offenbar nehmen Sie die ja alle gleich von Anfang an mit dazu. Ich mache es in der Regel so, dass wir das zunächst intern im Team besprechen, damit wir ganz offen alle Kontroversen, alle Zweifel, die wir haben bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten, ganz offen im Team aussprechen können und im besten Falle eine Einigkeit im Team bekommen. Und wenn es dann wichtig ist, die Angehörigen zu hören, weil die unterschiedliche Auffassungen haben oder wir noch nicht alles wissen, dann kommen in der zweiten Runde, direkt im Anschluss, die Angehörigen dazu. Patienten haben wir ganz selten dabei gehabt, was zum einen daran liegt, dass die meisten Patienten, über die dann solche ethischen Fallbesprechungen gemacht werden, sie nicht mehr entscheidungsfähig sind. Und das Zweite ist, dass das ja auch so ein bisschen so eine Stresssituation sein kann, wenn der Patient allein in so einer großen Gruppe drin sitzt. Das heißt, wir haben dann häufig, dass diese Gruppe reduziert, haben dann gesagt, der behandelnde Arzt ist mit dabei, der Moderator und die primäre Pflegebezugskraft und vielleicht noch der Seelsorger, wenn er ein gutes Verhältnis zu dem Patienten hat. Und dann haben wir gesagt, die vier sprechen dann mit dem Patienten und besprechen, wie es dann weitergehen soll. Aber da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt auch gute Gründe zu sagen, nein, die Angehörigen sollen von Anfang an mit dabei sein, damit sie erleben, wie die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen Berufsgruppen um diese Maß, um die Entscheidung ringen. Weil das ist ja die Realität. Die Realität ist nicht, dass die Ärzte, haben sie auch sehr schön gesagt, immer wissen, was das Richtige ist, sondern darum ringen wir in den Besprechungen. Aber ich hätte so ein bisschen Angst, dass man das nicht ganz offen machen kann, vor allem, wenn es unterschiedliche Auffassungen im Team gibt. Wenn das Team sich einig und man das Gefühl hat, man muss das nur alles nochmal sachlich ausbreiten, kann man auch die Angehörigen direkt dazu nehmen. Bitte, Herr Dr. Redler. Ich möchte dazu noch ergänzen, diesem runden Tisch geht jetzt auf der URO eine sogenannte Palliativbesprechung voraus. Die ist interdisziplinär und interprofessionell. Professionell, berufsgruppenübergreifend, ja. Und bei dieser Besprechung sind die Angehörigen nicht dabei. Okay, weitere Meldungen, weitere Meinungen, Ihre Erfahrungen vielleicht auch aus Ihrem Beruf oder etwas, das Sie innerlich plagt. Sie können auch ganz einfache Fragen stellen, wenn es jetzt ein bisschen geschwollen, ein Klunger hat. Bitte. Ich habe jetzt eine ganz einfache Frage, ich möchte nur nachfragen, ich möchte nur nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe, also die letzte Entscheidung über lebenserhaltende Maßnahmen trifft der Arzt und nicht die Angehörigen. Nachdem er ein Konsent gefunden hat, wenn so Prozesse abgelaufen sind, wenn man sich einig ist, die letzte Verantwortung trägt der Arzt. Das kann man einem Sohn, einem Lebenspartner nicht aufbürden. Und das wird bei uns auch klar so kommuniziert. Wir sind jetzt gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, aber die Verantwortung für die Reduktion der Therapiemaßnahmen dann trage ich. Da habe ich andere Erfahrungen gemacht, deshalb frage ich auch nach. Praktische Erfahrungen? Ja. Oder sagen wir so, wir, also ich und die Familie, wir haben das Gefühl, bei uns ist gerade jetzt aktuell, dass wir die letzte Entscheidung haben. Treffen wollen oder treffen müssen? Dass wir sie haben, müssen, haben, dürfen. Das ist nicht gut so. Nein, das ist nicht gut. Okay. Danke Ihnen sehr. Ganz eine wichtige Meldung. Dass es den Angehörigen zugeschoben wird, letzten Endes. Und das ist dann ungut, einfach. Guten Abend, mein Name ist Bachmeier, Leiter von der IFS-Patienten-Sachwalterschaft. Unsere Erfahrung ist auch die, dass die Frage, bei solchen lebensverlängenden Maßnahmen oft dem Sachwalter oder Angehörigen zugeschoben wird, so wirklich mit der Frage, was, Sie müssen jetzt sagen, Sie müssen entscheiden. und ganz selten formulieren die Ärzte auch die Frage, was hätte denn der Patient wollen? Also rechtlich, ich bin Jurist, ich bin nicht Dialoge, sage ich auch, es zählt der Patientenwille, wenn ich den erforschen kann. Und um diese Frage müssen sich alle Fragen rundherum drehen. Und ich erlebe das ganz häufig bei unseren Klientinnen, aber auch gerade bei einer Mitarbeiterin, wo der Vater im Sterben gelegen ist. Die Ärzte haben gefragt, wie wollen Sie entscheiden? Was werden Sie tun? Was sollen wir tun? Und diese Frage, dass der Vertreter, der Angehörige sagen muss, was der Arzt tun soll, die ist wirklich unzulässig. Was hätte der Patient wollen? Natürlich, das können die Angehörigen entscheiden, aber nicht, was man tun soll. Und diese Frage wird ständig gestellt. Und wir haben seitenweise Protokolle. Und das Zweite ist, wenn ein Patient verlegt wird, vom Altersheim ins Krankenhaus, ins Altersheim, ins nächste Krankenhaus, Krise, Notarzt und so weiter, gehen alle Informationen, alles, was man sich vorher ausgemacht hat, sondern zurechtgelegt hat, oft verloren. Und unsere Berufserfahrung ist dann, dann ruft man ständig den Sachwalter an. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Eine unzulässige Frage. Haben Sie als Sachwalter dann oft das Gefühl, dass es einfach das vereinfachte Verfahren ist, dass man sagt, der Sachwalter soll entscheiden. Auch eine Form des Abschiebens. Selbstverständlich. Und eine Entscheidung, die wir auch nicht treffen können, weil wir sagen, wir müssen uns immer für das Leben entscheiden, außer es gibt einen klaren, formulierten Patientenwillen oder einen klaren, mutmaßlichen Patientenwillen, dass der Patient was anderes tun haben hätte wollen. Und zur Patientenverfügung möchte ich noch dazu sagen, hätte ich mit 25 Jahren eine Patientenverfügung ausgestellt, dann sehe sie anders aus als heute. Ich hätte mich vermutlich mit 25 oder mit 29 in vielen Situationen für Sterben entschieden, weil ich mir nicht vorstellen hätte können, dass auch mit Einschränkungen ein Leben eine Lebensqualität haben kann. Aber die Patientenverfügung gilt ja nur fünf Jahre. Wenn sie verbindlich sein soll, eine beachtliche gilt das Leben lang. Wenn ich heute mit 25 Jahren eine gemacht hätte, würde es ja heute noch Auslegungshilfe für meinen Willen sein können. Vielen Dank, Herr Dr. Winter. Sachwalterschaft ist ja auch ein Thema. Oder wollen Sie, Herr Professor, vorher? Ich wollte nur ganz kurz reagieren auf die Frage, was man sinnvollerweise so eine Patientenverfügung reinschreibt. Ich würde immer allen Menschen abraten, Situationen reinzuschreiben, in denen man sich selbst zu seiner Situation noch verhalten kann. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich mal querschnittsgelähmt bin, will ich nicht reanimiert werden. So etwas gehört da nicht rein. Oder wenn ich eine bösartige Krebserkrankung habe, im fortgeschrittenen Stadium, möchte ich keine Chemotherapie. So etwas gehört da nicht rein. Was reingehört, ist die aller Voraussicht nach dauerhafte Bewusstlosigkeit oder Entscheidungslosigkeit. Das muss rein. Diese Situation, für die kann man auch mit 25 Jahren eine Festlegung machen, die auch dann mit 40, mit 60 noch zutrifft. Aber wenn man für irgendwelche Einschränkungen, starke Behinderung, Vorausplanung machen wird, ich würde jedem davon abraten, da was reinzuschreiben, weil man das nicht voraussehen kann, wie man sich dann tatsächlich in der Situation fühlt. Herr Dr. Winter. Das Gesetz gibt es jetzt sechs Jahre und seitdem habe ich drei Verbindliche gesehen. Und Verbindlich heißt, wenn man die in der Hand hat, wenn man die vorzeigt, müssen sich die Ärzte an die Anordnung halten. und in eine Verbindliche muss man hineinschreiben, was man nicht will. Nicht was man will, sondern was man nicht will und man muss präzise die Situation voraussagen, die dann später auch eintreten wird. Also ganz allgemein formulieren kann man das nicht. Die Beachtliche, die Nichtverbindliche ist für uns ein Signal, dass der Mensch, ein Mann, eine Frau, die hat sich einmal verkopft, was will sie, was will sie nicht. Da war einmal jemand schwer krank in der Familie, bei dem Fallbeispiel, das sind die klassischen Patienten. Und das ist auch im Gespräch immer wieder der Aufhänger. Für mich zum Beispiel, wenn jemand kommt und schwer krank ist und dann frage ich nach, war einmal was in der Familie, war einmal jemand schwer krank, war ja immer noch mal auf der Intensivstation, haben sie sich Gedanken gemacht und dann kommen plötzlich Gedanken, Äußerungen, an denen wir uns orientieren können. Und was sagen Sie zu der Sachwalterschaft, wie gehen Sie damit um? Man muss unterscheiden, Sachwalter kann man für finanzielle Dinge sein oder auch für medizinische. Und ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn jemand jetzt nicht verwandt ist und Sachwalter ist für medizinische Dinge. Also schlussendlich landet es meistens bei uns dann die Verantwortung. Aber das ist nicht negativ. Augenblick, Herr Dr. Redler. Während des Gesprächs jetzt wird mir auch eine Beobachtung bewusst. Wir reden hier über Entscheidungen, Therapieentscheidungen im Krankenhaus. Ich vermute, das Nachdenken, das Sprechen und das Handeln müsste auch in Pflege- und Altersheime übergreifen. Es ist, oder die Situation, dass aus Hilflosigkeit oder nicht entscheiden wollen, nicht entscheiden können, die, ich sage jetzt etwas pauschal, die 95-jährige Patientin notfallmässig vom Pflegeheim auf die Intensivstation gebracht wird und dann soll dort entschieden werden, was tut man jetzt.